Läuft das Teil? Okay, Bad Hair Day? Scheißegal. Guten Morgen, Australien! Ich meine natürlich aus Mexiko, as you can see. Müssen Smartwatches immer teuer sein? Oder geht auch ein bisschen billiger? Das Ganze wollen wir in diesem Video erörtern. Und dazu hilft uns die Firma Microware. Die machen nämlich eine Menge Smartwatches, nicht nur für sich selbst, für ihr eigenes Line-Up, sondern auch für andere China-Hersteller. Und deswegen beleuchten wir das Ganze heute ein bisschen und schauen uns mal an, was die Jungs so drauf haben. Und wie jeder weiß, und das gilt nicht nur für Smartwatches, das gilt für alle Uhren auf diesem Planeten, ist eine Uhr nur wirklich geil, wenn sie auch wirklich in jeder Zeitzone auf der Welt gleich gut funktioniert. Und weil dem dicken Onkel Holly hier überhaupt nichts zu teuer ist für euch, bin ich um den halben Planeten geflogen, CO2-Fußabdruck und so. Um für euch zu schauen, funktioniert die Smartwatch hier drüben in Mexiko und auch sechs Stunden früher, später, Entschuldigung, in Deutschland. Und deswegen würde ich sagen, fliegen wir gerade zurück nach Deutschland oder nach Österreich. Mal schauen, wo es mich hin verschlägt. Und da würde ich sagen, sehen wir uns direkt drüben. So, und dann sind wir auch schon wieder zurück in Deutschland. Und ich kann euch sagen, die Uhr funktioniert tagenlos. Man steigt aus dem Flugzeug aus, macht den Flugzeugmodus aus am Handy und schon hat die Uhr die richtige Uhrzeit in der richtigen Zeitzone. Aber es war ja auch irgendwo ein bisschen klar. Warum wir hier jetzt noch sitzen und quatschen und nicht direkt in Topdown-Ansicht gehen, damit ihr ein bisschen seht, was die Uhr so kann, wie sie ausschaut, erkläre ich euch sofort. Wir müssen ganz kurz zwei, drei Fragen klären. Und zwar, was macht man denn so im Alltag mit einer Smartwatch? Und da würde ich euch bitten, schreibt mir doch mal in die Kommentare, besitzt ihr schon eine? Wollt ihr euch eine kaufen? Und was stellt ihr euch vor, wenn ihr noch keine habt, was ihr dann damit tun könnt? Und, wenn ihr schon eine habt, was macht ihr denn so im täglichen Gebrauch dann am Ende damit? Wenn ihr so eine Weile habt, am Anfang spielt man ja eine Menge damit rum, aber irgendwann gibt es Dinge, die man einfach täglich nutzt und das meiste rückt eher so ein bisschen in den Hintergrund. Bei mir kann ich sagen, ich habe mich am Anfang darauf gefreut, mal so Höhenbarometer und so einen Krempel auszutesten, nutzt du aber nicht wirklich. Was man ab und zu benutzt, ist die Pulsfunktion, dass man mal guckt, wenn man irgendwie gerade einen schweren Aufstieg gemacht hat am Berg, dass man sagt, was habe ich denn jetzt für einen Puls auf der Uhr? Das nutze ich, das können alle Uhren sehr souverän. Ich habe die hier schon getestet, die kann das genauso gut wie meine Samsung-Uhr. Dann kommt dazu, Lieder weitermachen oder zurück. Wenn ihr also irgendwie gerade Musik hört auf dem Handy, habt ihr die Kopfhörer drin. Jetzt geht das auch oft an den Headsets, dass ihr da irgendwie drauf tippt und dann geht das weiter. Ihr könnt natürlich auch euer Handy alternativ rausholen, aber das ist eben mit mehr Arbeit verbunden und dann so an der Uhr, ihr guckt kurz drauf, tippt, geht weiter, fertig ist. Seht ihr auch direkt, was gerade läuft und könnt auch so ein bisschen in der Playliste hin und her switchen. Dann kommt bei mir ins Spiel, ich habe ja eine Bar und da mache ich Pommes. Und der Pommes-Timer für optimale Pommesfretten mit der großen Kruste und einem saftigen Kern, der liegt bei exakt fünf Minuten bei frischen Pommes, also die nicht gefroren waren. Und das mache ich mit der Uhr wirklich ständig. Und jetzt kommt ein bisschen das Problem hinzu von meiner Samsung hier. Die ist nämlich, der Akku hält etwa so einen Tag. Und dann ist die manchmal, wenn ich die viel benutze, wenn ich so 30, 40 Portionen Pommes am Tag verkaufe, das heißt ich habe 30, 40 mal einen Timer gestellt, dann schafft die Uhr nicht mal diese sechs Stunden, die meine Bar offen hat, schafft sie nicht mal ohne in den Energiesparmodus zu fahren. Ein bisschen dünn, da habe ich mir immer mehr gewünscht. Ich weiß nicht, wie es mit der neuen ist, die habe ich auch hier irgendwo rumfliegen, ich suche sie mal gerade. So, dass ihr seht, dass ich hier keine 14 mal Dende erzähle, habe ich sie mal gerade geholt. Wir haben die da, ich habe die auch nochmal in der größeren Version da. Und die soll tatsächlich nach wie vor gut über den Tag kommen. Das heißt also, wir reden von einem Tag Akku, das baut mit der Zeit natürlich ab. Und ich kann euch sagen, das ist ein bisschen nervig. Die Uhr hier habe ich seit Mexiko, da habe ich die geladen, wie jetzt, keine Ahnung, das ist fünf Tage her oder so. Und wir haben aktuell, na, wie an, 62 Prozent noch auf der Uhr. Das heißt, sie wird also locker 12, 13, 14 Tage durchhalten, bevor wir sie das nächste Mal laden müssen. Eine sehr geile Sache, kommen wir gleich darauf zu sprechen noch, wenn wir in der Topdown-Ansicht sind. Also, ganz klar, ich nutze die Uhr viel im normalen Alltag zu Anlässen. Also, wenn ich abends irgendwie ausgehen würde, würde ich natürlich eine mechanische Uhr tragen, also eine richtige Uhr. Mit Batterie und Zeiger oder mit Unruhe und Zeiger und Tick-Tack. Einfach, weil es ein bisschen als Mann ein bisschen ordentlicher ist. Ich weiß, heutzutage sehen die Smartwatches auch so gut aus, dass man die auch zur Abendgarderobe tragen kann. Ich persönlich finde es aber immer noch ein bisschen kitschig, deswegen trage ich da normale Uhr. Also, wie gesagt, sagt mir mal, was macht ihr mit eurer Uhr und nutzt ihr sie so, wie ihr es euch am Anfang vorgestellt habt. Oder sieht die Welt dann am Ende doch ganz anders aus und ihr guckt am Ende doch nur, wie viel, wie spät es gerade ist. So, dann würde ich sagen, gehen wir rüber in die Topdown-Ansicht und sehen uns gleich da. So, damit ihr seht, dass ich auch wirklich vergleiche, haben wir hier einmal vier Uhren am Start. Das ist die alte Samsung, das ist die neue, die ganz, die größere habe ich jetzt hier nicht da. Die liegt irgendwo im Büro. Das ist ein Projekt für in ein, zwei Monaten, da komme ich im Moment noch nicht dazu. Dass sie die schon die ganze Zeit trage, wenn wir uns hier draufklicken, dann sehen wir, geht wunderbar an. Ihr könnt auch hier die Ziffernblätter durchschalten am Rädchen, wenn ihr das möchtet. Über die anderen beiden sprechen wir gleich und ein bisschen auch über den Vergleich. Wir schauen uns jetzt die Uhr hier mal an. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann jetzt gut. Ich glaube, es geht gar nicht so gut. Also auch Ziffernblätter, wo ihr relativ viele Informationen habt. Das heißt, Akkustatus hier, wenn ihr das seht, ist noch 61 Prozent. Hier ist mein alter Herzschlag gewesen, 885. Was das hier ist, Kalorien, glaube ich, Verbrauch, Schritte und hast du nicht gesehen, was für einen Tag wir heute haben und das Datum. Also ganz normal zu benutzen als eine Uhr. Das ist aber klar, das sollten sie auch hergeben. Allerdings müsst ihr hier wissen, das Teil kostet halt nur so um die 50 Euro. Das ist halt echt geschenkt. Bei der Uhr funktioniert alles mit hoch und runter wischen. Das heißt, runter hättet ihr eure Einstellungen, hoch hättet ihr eure Nachrichten. Da kommt dann auch nichts mehr. Das war es dann auch schon. Wenn ihr rechts drüber geht, habt ihr mehrere Sachen zu auswählen. Und zwar eure wichtigsten Apps. Einmal dann in groß. Zum Beispiel hier Sauerstoffmessung, Blutmessung, Schlafrhythmus. Wie ihr euch bewegt habt heute, das ist bei mir nicht ganz so gut, weil ich erst aufgestanden bin. Dann nochmal eure Uhrzeit und hier habt ihr nochmal Apps. Ihr könnt allerdings, muss man dazu sagen, keine Apps runterladen. Das heißt also, was hier drauf ist, ist drauf. Könnt ihr nichts zusätzlich runterladen. Allerdings könnt ihr von diesen Ziffernblättern, da gibt es ungefähr so 150 Stück oder 200 Stück im Store. Die könnte kostenlos runterladen. Da kostet gar keins, kostet Geld. Also Ziffernblätter haben die echt hier en masse, muss man sagen. So, wenn wir jetzt hier auf Wahlschalter gehen, können wir hier auch die einzelnen Ziffernblätter mal durchgehen. Aber es ist uninteressant und können da welche rausnehmen, die wir hier nicht mit auswählen wollen. Das ist jetzt mein Standard, weil ich fand das schön mit den hier Wassermelonen, fand ich süß. Hier sieht man es auch nochmal schön in den Einstellungen, ein bisschen besser der Kontrast. Immer noch 60 Prozent nach ungefähr fünf Tagen. Also das ist echt beeindruckend. Wenn ihr dann hier auf die Einstellungen geht und ihr möchtet es anders angezeigt haben, das Menü mit euren Apps, dann stellt ihr hier auf Bienenwabe. Ist auch gut auf Deutsch besetzt, das andere jetzt nicht so dolle. Aber dann habt ihr hier diese typische Apple Bienenwabe, wo ihr die Apps hin und her schieben könnt. Ich finde es nicht so gut, deswegen lasse ich es umgestellt. Ich finde, je irgendwas. Also Liste finde ich ein bisschen schöner, ein bisschen übersichtlicher. Steht aber immer gleich dabei, was es ist. Was hier zur Uhr auf jeden Fall noch zu sagen ist, ist ganz, ganz wichtig. Die Uhr liegt an wie angemeißelt. Ich habe Probleme mit meinem Armband hier. Das ist ganz dünn und leicht. Aber wenn mir das hier runterrutscht, nervt mich das beim Schlafen. Ich kann es aber nicht an- und ausziehen, weil der Anschluss hier so filagran ist. Die Uhr habe ich an seit fünf Tagen nonstop beim Duschen, beim Zähneputzen, beim Händewaschen, im Wasserdicht sowieso, ist klar. Beim Schlafen halt. Nonstop. Es macht überhaupt gar keine Probleme. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Am Armband. Ich kann es nicht genau sagen. Sie schmiegt sich einfach perfekt an den Arm. Man merkt nicht, dass mal eine andere hat. Sie ist halt auch sehr, sehr leicht, muss ich sagen. Also wir können gleich mal eine Waage rausholen und mal die alte Samsung dagegen testen. Sie ist sehr, 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 sehr leicht. Und was sie auch nicht hat, ist hier oben, seht ihr das hier, diese verschiebbaren Laschen. Die tendieren nämlich dazu, irgendwann kaputt zu gehen. Meine ist jetzt schon kurz vorm Auseinanderfallen. Hier nämlich schiebt ihr das übrig gebliebene Band einfach hier rein an den Arm. Und habt nicht extra noch so Laschen, die sich ständig verstellen und wie gesagt dann irgendwann kaputt gehen. Also die normalen Funktionen, ihr habt es ja gesehen. Wir haben hier eine Stoppuhr mit dabei. Wir haben hier einen Countdown mit dabei. Wir haben einen Wecker. Wir haben natürlich, könnt ihr eure Leader vor und zurück machen. Diese ganz normalen Funktionen, die ihr von jeder Uhr kennt, könnt ihr hier ganz normal nutzen. Ihr habt halt keine fancy Apps. Es gibt jetzt keine Navigation oder sowas. Die kostet bei Google aber auch nochmal ein bisschen extra. Und bei Apple, ich weiß nicht, was es da kostet, aber da kostet die Uhr mittlerweile ja 1000 Euro. Das muss man natürlich auch wollen. Und hier, wie gesagt, seid ihr mit einem schlanken 50er dabei. Ladekabel kommt mitgeliefert. Bei der hier war jetzt hier so ein schwarzes dabei. Ist jetzt kein Ständer, macht aber nichts. Denn wenn ihr zum Beispiel in Urlaub fahrt, wenn ich euch mal hier den zeige von meiner alten Samsung Watch. Das ist ein ziemlich klobiges Teil. Ihr habt also einmal hier so einen Ladestecker. Nicht also nur einfach USB, sondern ihr habt einen Ladestecker. Und dann habt ihr noch diesen klobigen Ständer dabei. Und es lässt sich auch nicht anders laden. Also ist der Ständer ein bisschen dirty hier bei mir. Sorry. Es lässt sich nicht anders laden als damit. Das heißt, wenn das Teil wegkommt, dann könnt ihr wohl nicht mehr laden. Ihr müsst halt Neues bestellen. Das ist glaube ich schon mein zweiter. Der ist mir nämlich einmal kaputt gegangen. Das ist bei so einem Teil hier natürlich am Ende derselbe Fall. Aber ich kann euch sagen, die Ladestation für meine Samsung Uhr, die hat fast 30 Euro gekostet. Da kriegt ihr hier schon eine neue Uhr für. Und wie gesagt, ist halt auch ein bisschen kleiner im Gepäck. Und man kann es halt auch mal mitnehmen. Allerdings braucht ihr eure Uhr ja kaum zu laden. Wenn ihr wisst, ihr fahrt 14 Tage weg, dann ladet ihr sie einmal vorher und nutzt ihr halt die 14 Tage. Und wenn es dann halt nur 13 sind, sind es halt nur 13. Dann, wie gesagt, das Gewicht. Das werden wir jetzt mal austesten. Die hier ist ein bisschen schwerer. Die wirkt aber auch ein bisschen hochwertiger. Die hat auch mehr Knöpfe an der Seite. Die genauen Modellbezeichnungen verlinke ich euch natürlich unten. Also die Modelle, die ich jetzt hier zeige, verlinke ich euch. Die haben aber zig Uhren im Angebot. So, die Uhr ist befreit. Dann haben wir noch so eine Schutzseite drüber. Ah, die wirkt schon hochwertiger, muss ich sagen, als die hier. Ja, wobei, könnte dasselbe, könnte dieselbe Uhr sein. Müssen wir jetzt mal schauen. Ist halt hier schön am Rand, dass wir hier so eine Art Ziffernblatt haben. Das Schutzding lassen wir mal drauf. Jetzt holen wir mal gerade die Waage und wiegen die beiden Schätzchen mal durch. So eine typische Drogenwaage, kennt jeder. Ich wiege damit immer Hefe, deswegen sieht das hier so ein bisschen eklig aus. Dann wiegen wir jetzt mal die bessere Uhr. Da kommen wir auf 78 Gramm. Dann wiegen wir mal die Samsung. Ich hoffe, ich kriege die hier am Stück drauf. 75 Gramm, ja. Ist sogar ein bisschen leichter dann als die hochwertige. Die hochwertige hat aber hier so ein Metallarmband. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Die kann man natürlich auch mal abends tragen, wenn mal ein bisschen ausgeht. Jetzt ziehen wir die hier mal aus. Die wiegt nämlich gefühlt gar nichts. Ja, 50 Gramm, ihr seht es. Das ist super leicht. Und dafür so einen Akku verbaut zu haben, der halt locker über 10 Tage hält. Das ist schon, das ist schon stramm. Ich habe mir gerade hier, Bluetooth ist nicht verbunden. Ich kann euch aber sagen, er ist irgendwie mit dem Handy verbunden. Denn jedes Mal, wie gesagt, wenn ich die Zeitzone wechsle, hat er sofort die richtige Uhrzeit drin. Aber ohne rumzuschnacken, würde ich jetzt sagen, kommen wir zur Einrichtung dieser Uhren. Jetzt kommen wir mal zur Einrichtung, würde ich sagen. Ich habe hier nichts vorbereitet. Das ist also ganz normal out of the box. Ihr habt es gesehen. Ich habe die gerade ausgepackt. Das geht so fix. Hier unten ist so ein QR-Code-Zeichen, wenn ihr auf die Einstellung geht. Machen wir jetzt mal auf. Öffnen die Kamera. Und dann... Ne? So. Ich werde eine App runterladen. Die laden wir jetzt auch mal runter. Das war jetzt allerdings eine andere App, als ich für diese Uhr hier runtergeladen habe. Gleicher Hersteller. Wie gesagt, Gehäuse sieht ähnlich aus. Ich glaube, es ist dasselbe verbaut. Aber hat mir einen anderen Code angezeigt. Und hier für diese Uhr habe ich da fit runtergeladen. Das ist also so aus die App. Das ist wie eine Fitness-App. Kann aber sehr, sehr, sehr gut die Uhr auch steuern. Ihr seht, hier oben sind die ganzen Display-Hintergründe und so. Was ich schon runtergeladen habe. Weil die hat zum Beispiel dieser Löwe hier. Ihr könnt hier Fotoauslöser machen und andere Sachen. Also das ist nicht nur eine reine Fitness-App, sondern die steuert tatsächlich die Uhr. Und das macht sie hervorragend in komplettem Deutsch. Also alles ist optimal übersetzt. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, wie gesagt, dieser Hersteller, der produziert für ganz viele China-Uhrenmarken die Uhren. Und dann kann er sich natürlich leisten, wenn er so ein großes Portfolio hat und für so viele andere Unternehmen Uhren produziert, dass er eben eine App hat, die sauber funktioniert. Jetzt wollen wir aber nicht lang schnacken, sondern machen wir hier diese neue App auf. Von der hochwertigeren Uhr. Microware ist eine Software. Das ist alles schön wunderbar auf Deutsch. Wir machen mal Agreed. Das ist natürlich auf Englisch, aber verlassen wir auf Deutsch. Zulassen, optimieren des Akkuverbrauchs. Ja, ja, machen wir mal alles. Okay, Account haben wir jetzt hier angelegt. Was man dazu sagen muss, Sonderzeichen gingen nicht. Also Ausrufezeichen, Stern, ähnliches. Könnt ihr beim Passwort nicht verwenden. Hier gebe ich jetzt an, wie groß ich bin. Da mache ich mal gerade 1,78. Auch eher hier sportlich. 45 Kilo wäre schön. Eher sportlich ausgerichtet die Uhr. Ich nehme an, dass der Akku dann auch dementsprechend lange hält. Wobei ich die Uhr wahrscheinlich zum Sport nicht so gerne tragen werde. Jetzt muss ich sagen, vom Urlaub zurückgekommen ist natürlich 115 Kilo. Traurig, aber es entspricht der Realität. Hier im Geburtstag tun wir gerade verstäkeln. Das sieht nur der dicke Onkel. Die App sieht wirklich völlig anders aus. Die beiden, die jetzt mal nebeneinander halten, sind ja auch verschiedene Apps. Allerdings, wie gesagt, beide Uhren vom selben Hersteller. Beide von Microware. Wir haben hier den Sport-Tab. Da kann man sogar hier eine Karte oder was, wo wir gerade sind. Wir starten mal gerade einfach und gucken mal, was passiert. Oh, jetzt will er, dass ich renne. Da habe ich natürlich jetzt keinen Bock drauf. Laufen im Freien? Nein, zurück. Okay, die Woche haben wir noch keinen Sport gemacht. Das wissen wir. Indoor laufen, Rad fahren. Wir können hier verschiedene Sachen auswählen. Das geht aber dann auch später sicherlich in der Uhr. Bergwerk. Das sind wir. Das ist hier ganz so doll übersetzt. Also die App ist hier deutlich besser übersetzt als diese. Aber das macht am Ende nichts. Wir wissen, wo wir hinwollen. Bluetooth verbinden ging auch ganz easy. Wir haben hier Bluetooth angemacht, hier Bluetooth angemacht. Koppelungsanfrage. Das war es schon fast mit der Einrichtung. Wir müssen jetzt nur noch hier die Uhr beinden. Das machen wir folgendermaßen. Wir gehen hier auf Suchen. Jetzt haben wir hier die GT4. Das müsste die sein. Warten bis Verbindung hergestellt wird. Und schon kann es losgehen. Wir können die Uhr finden. Wir können die Bluetooth Kamera benutzen. Ziffernblattverwaltung. Alles mögliche. Also schon so ein wenig gekoppelt. War überhaupt gar kein Hexenwerk. Fand ich bei der anderen Uhr ging es noch ein bisschen, ging es noch einen Tacken schneller. Ich habe da eigentlich nur den Code gescannt. Und dann ging der Rest von alleine. Ich verlinke euch, wie gesagt, beide unten drunter. Dann könnt ihr euch selber entscheiden. Ich persönlich würde aber zu dem hochwertigeren Modell hier greifen. Ich weiß gar nicht, ob das preislich überhaupt einen Unterschied macht. Das gucke ich nachher nach. Grabe ich den Preis dazu unten in der Videobeschreibung. Hier können wir die Uhr finden. Wir gucken mal. Fängt sie an zu klingeln. Da braucht man sie auch nicht lange suchen. Okay. Ausgeschaltet. Ihr könnt die Bluetooth Kamera benutzen. Das finde ich ganz cool. Das heißt also, ihr könnt euer Handy irgendwo hinstellen. Und dann mit der Uhr einen Auslöser drücken. Und dann macht sie quasi ein Selfie von euch. Aber von eben weiter weg. Braucht ihr niemanden mehr dusselig anzuquatschen auf der Straße. Und bekommt direkt ein geiles Foto. Also alle möglichen Faxen wie Wassererinnerungen und so, wer das braucht. Oder Sitzenerinnerungen. Das heißt also, wenn ihr zu lange sitzt, euch zu lange nicht bewegt. Ich habe das bei meiner Samsung Uhr auch gehabt. Dass die so alle paar Stunden dann gesagt hat, jetzt muss ich mal bewegen. Dann musst du irgendwelche dusseligen Bewegungen machen. Da habe ich keinen Bock drauf. Das ist also bei mir immer ausgestellt. Automatische Herzfrequenz können wir hier mal anmachen. Das heißt, sie wird ab und zu eben unsere Herzfrequenz überwachen. Wenn wir hier rüber gehen. Jetzt ist zum Beispiel Schlafen noch nichts getrackt, weil wir sie ja gerade angemacht haben. Aber jetzt hier gehen wir mal auf BPM und warten mal, was sie so sagt. Sie wertet das also gerade aus. Was der Graf da oben soll, weiß ich nicht. Ich glaube, der hat keine echte Funktion. Aber sie müsste gleich die Herzschläge pro Minute anzeigen. Ich habe mich deswegen extra aus diesem Grund mal angelegt. Jetzt haben wir es doch. Jetzt haben wir hier 57, 56, 55. Das kommt ungefähr hin. Ich mache hier gerade etwas sitzendes. Das passt ganz gut. Firmware-Upgrade brauchen wir nicht machen. Das habe ich schon probiert. Es ist aktuell die aktuellste Version, was sie mir hier geschickt haben. Was auch dazu zu sagen ist, der Hersteller hat mir hier die beiden Uhren zur Verfügung gestellt. Hat aber keinen Einfluss auf das Video. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich kein Chinesisch spreche und die kein Deutsch. Also wir haben mir einfach die Uhren zugeschickt und sagten, wir sind überzeugt davon. Guck dir das mal an und mach mal ein Video. Das mache ich. Ich kriege dafür keine Kohle. Und wie gesagt, das ist alles meine persönliche Meinung. Wenn wir auf Bergwerk gehen, warum auch immer das Bergwerk heißt, wer kommt denn auf sowas? Der hat hier nochmal so Frauengesundheit, wann die Menstruation und so stattfindet. Achso, und ob man schwanger ist, kann man dann auch feststellen. Hier guck, unter dem Punkt schwanger kommt dann, wenn die Menstruation irgendwie ausbleibt. Haus bleibt keine Ahnung. Tut mir leid, ich kann das nicht ganz so ernst nehmen. Es gibt noch ein paar andere Sachen, aber wenn wir auf die Startseite gehen, dann haben wir eben so eine typische Übersicht, wie wir sie von Samsung Health kennen. Man kann das beides auch verknüpfen. Zumindest mal habe ich das in einer anderen App gesehen. Familie überwacht sich gegenseitig. Da kann man gucken, ob der andere gemogelt hat, wenn er gesagt hat, er war joggen oder nicht. Blutdruck kann man hier messen, das würde mich aber wundern, wenn das mit der Uhr ginge. Ich glaube, das ist was, was man manuell einträgt, weil die hat hier, glaube ich, kein Blutdruckmessgerät mit drin. Blutsauerstoff kann die andere auch messen, das wird die Hochwertigere hier dann auch können. Schlaf und so ist klar, EKG-Überwachung ist klar. Dann, wie gesagt, haben wir Sport, haben wir verschiedene Aktivitäten, Indoorlaufen, zu Fuß, Radfahren. Das war es dann hier auch schon wieder. Ne, man kann die Liste anpassen, glaube ich noch. Also hier als Aktivitäten haben wir Laufen im Freien, Laufen im Freien, Indoorlaufen, zu Fuß oder Radfahren. Da ist jetzt nicht ganz so viel, kann aber gut sein, dass man das noch anpassen kann. Soweit habe ich mich jetzt mit der App noch nicht befasst, weil ich mir ganz sicher war, dass es dieselbe App ist, wie für die andere Uhr. Leider, wie gesagt, habe ich mich da ein bisschen geschnitten. Ja, so an sich. Was macht ihr mit der Uhr, wie gesagt, wir haben schon drüber gesprochen. Man macht in der Regel folgendes, man schaut, wie spät es ist. Und das tun sie alle sehr zuverlässig. Hier können wir auch schöne Hintergründe, guck mal hier doch. Ganz klassisch, hier schon mit Apps zum Auswählen. Hier kann man dann gleich, da bin ich zu weit gegangen. Hier kann man Anrufe annehmen. So ein bisschen runter, damit es scharf wird. Musik steuern. Hier kann man die Herzrate sehen. Hier kann man irgendwie die Kalorienverbrauch und so. Also ganz nett gemacht, die Ziffernblätter. Und ihr könnt aus ungefähr noch, also lass mal mindestens mal 150 sein, ohne dass ich jetzt hier lüge, Zifferblättern auswählen. Und ja, für einen Fuffi halt. Weil ihr falschen Fuffis ohne mich in Amsterdam wart. Ach der ist zurück. Okay, jetzt hab ich es gerafft. Ein Button ist vor, ein Button ist zurück. Wenn wir jetzt also hier nochmal klicken, kommt dann hier dieses App-Menü. Jetzt ist hier in Bienenwabe eingestellt. Hier sind natürlich viel mehr Apps installiert, als auf der anderen, muss ich sagen. Ihr braucht aber am Ende tatsächlich nur einen Timer, eine Stoppuhr. Hier kann man den Timer schön auch einstellen. Also 5 Minuten bei mir, wie gesagt, wären die optimalen Pommes. Dann drücken wir hier auf Start. Wir machen jetzt mal nicht 5 Minuten, wir machen jetzt mal 0 Minuten. Und 5 Sekunden zur Demonstration. Der funktioniert einwandfrei. Das ist für was ich die Uhr viel brauche. Und tatsächlich wird in Zukunft das meine Samsung-Uhr ersetzen. Weil die Samsung-Uhr hält eben einfach nur den einen Tag. Und das schafft sie noch nicht mal. Und die neue soll ja auch nicht länger halten. Außer die Watch 5 Pro. Die soll ein bisschen länger halten. Aber dann halt auch so auf maximal zwei Tage kommen. Und hier, die Uhr ziehe ich einfach an. Man muss sie nicht mehr ausziehen. Dusch mich damit, wasch mich damit, geh damit. Pipi kacka, alles machen, kotzi kotzi. Und muss mir keine Gedanken machen, dass der Akku zwischendurch leer geht. Insgesamt muss man sagen, es sind zwei schöne Uhren. Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Aber es sind tatsächlich schöne Uhren. So ein bisschen, vor allem die hier, angelehnt an die Apple Watch. Das Menü bei der GT4 ist einfach ein bisschen schöner. Ich würde die auch empfehlen. Allerdings ist der Tragekomfort hier bei der A01 hervorragend. Wenn ihr also eine Uhr sucht, mit der ihr Sport machen könnt. Und auch schlafen könnt, die ihr einfach nie ausziehen wollt. Dann würde ich hier zu der A01 greifen. Die ist so bequem, wie noch keine andere Uhr. Also wirklich, ich hatte in meinem Leben noch nicht so eine bequeme Uhr an. Das Band ist so zart. Es ist einfach eine Befriedigung, das Ding anzufassen. Also nicht, dass ich mich damit befriedigen würde. Aber es ist einfach sehr befriedigend. Die Uhr liegt auch gut an. Aber natürlich, Metallarmband, ein bisschen knackiger die GT4 hier. Jetzt haben wir den Zurück-Button. Damit geht sie dann auch aus. Also mit dem Button hier kommt ihr weiter ins Menü rein, wo ihr auch immer hin wollt. Und mit dem Button kommt ihr dann wieder raus. Wenn wir jetzt hier rüber wechseln, könnt ihr eure eigenen Lieblings-Apps noch hinzufügen. Das heißt also Schlaf, Daten, Sport, was weiß ich. Taschenrechner haben wir hier dabei. Also hier sind deutlich mehr Apps dabei. So, was hier auch noch geht. Die Uhr kann kabellos bezahlen. Das heißt, ihr könnt hier Paypal, Alipay, WeChat oder QQ. Weiß ich nicht, das ist irgendwas Chinesisches. WeChat habe ich schon gehört. Das ist quasi das WhatsApp in China. Alipay ist so ungefähr wie Amazon Pay, so muss man sich das vorstellen. Das ist von Alibaba. Und wie gesagt, ihr könnt hier Paypal einrichten. Das heißt, ihr richtet euer Paypal-Konto ein und könnt dann mit der Uhr mit Paypal bezahlen. Google Pay gibt es natürlich nicht, klar, weil es keine Android-Uhr ist. Dann habt ihr Ziffernblattverwaltung. Das heißt, da könnt ihr auch hier wieder einen Haufen Zeug herunterladen, wie ihr seht. Guck mal, hier lustige Pferde und so für Pferdeweiber. Aber, wie gesagt, Jungs, Finger weg von Pferdeweiber, denn Pferdeweiber haben immer einen an der Peitsche. Es gibt also einen Haufen Ziffernblätter. Es lädt jetzt gerade ein bisschen langsam hier. Es gibt aber einen Haufen Ziffernblätter zum runterladen. Die sind alle kostenlos. Es gibt also nichts, was es kostet. Und dann könnt ihr natürlich auch noch hier drüben auf mein Ziffernblatt gehen und zum Beispiel von euch ein nettes Foto oder ein Bild, was ihr selber gemacht habt, als Hintergrund nehmen. Finde ich ganz, ganz geil. Apps, wie gesagt, gibt es leider keine. Kann aber sein, dass immer mit Updates ein paar Apps dazukommen. Aber was ihr braucht, Hand aufs Herz, habt ihr hier dabei. Also, es gibt überhaupt keine Not, irgendwas noch extra runterzuladen. Ich bin, wie gesagt, ganz gespannt, was ihr in den Kommentaren da lasst, was ihr so mit der Uhr macht, was fehlt euch hier. Nutzt ihr überhaupt so viele Funktionen oder sind es eben nur ein, zwei Sachen, dass ihr eben ein Lied weitermacht und eben mal einen Telefonanruf annimmt. Sprachqualität hier will ich nicht bewerten, weil die immer ganz, ganz schlecht ist. Das heißt, wenn ihr die Uhr zum Mund nehmt, ganz nah ran, dann kann euch der Gegenüber etwas verstehen, aber die Mikrofone sind popelklein hier. Und auch bei der Samsung hat das schon nicht so gut funktioniert, zumal der Lautsprecher halt auch immer so ein Zwergenlautsprecher ist. Und es ist so, in der Not kann man mal schnell drangehen, wenn man die Hände voll hat, kann man mal schnell antippen und annehmen. Aber natürlich sind die Dinger nicht wirklich so James Bond mäßig zum Telefonieren gedacht, sondern eher, wenn ihr ein Headset anhabt, dass ihr dann den Anruf annehmen könnt. Also von EFSA, wir haben es geklärt, es ist alles drauf, was ihr zum Überleben braucht. Ihr müsst halt gucken, so eine Uhr kostenknackigen Fuffi. Und ich habe manche gesehen, die gab es auch schon für 35, inklusive Versand. Und dann ist das Ding ja auch schon hierher gekommen von China. Da kann man einfach nichts falsch machen. Und wenn ihr dann hier so eine Uhr daneben haltet, die kostet halt dann eben schnell 200 plus Euro. Klar, könnt ihr da EFSA runterladen, aber da ist auch viel, viel kostenpflichtiges dabei. Da leiern sie euch nochmal extra Kohle aus dem Kreuz. Genauso wie bei den Zifferblättern. Richtig geile Zifferblätter kosten oft Geld. Das sind immer nur so ein paar Cents. Aber es läppert sich am Ende zusammen. Und da müsst ihr gucken, wollt ihr das? Oder wollt ihr eine Uhr, die ihr einmal kauft? Und alles in Zukunft ist dann kostenlos. Ich, wie gesagt, finde sie schön. Ich würde die auch abends tragen. Ich, wie gesagt, finde sie sehr, sehr gut. Für das, was ich mache, reicht es vollkommen aus. Klar, ihr habt hier kein Apple Pay oder Samsung Pay drauf. Wenn ihr also aus dem Universum kommt und gerne mit eurer Uhr bezahlt anstatt mit eurem Smartphone, dann habt ihr da gelitten. Für mich insgesamt eine runde Sache, auch wenn beide Gehäuse jetzt hier eckig sind. Wer meinen Kanal ein bisschen länger verfolgt, weiß, ich mache mich nicht krumm hier für so ein paar Hersteller und vor allem nicht für zwei kostenlose Uhren. Das wäre jetzt nicht mein Ding, denn am Geld mangelt es bei mir nicht. Es bleibt unterm Strich einfach zu sagen, dass die Uhren hier völlig in Ordnung sind. Der Pulsmesser funktioniert tadellos, genauso wie bei der Samsung. Die nehme ich jetzt hier als Referenzwert, denn da gehen wir davon aus, dass das eben stimmt bei dem Preis. Und beide zeigen hier ähnliche Werte an. Es ist mal ein, zwei Herzschläge weniger oder mehr, aber an sich sind die alle gleich auf. Wie gesagt, ihr könnt keine Apps runterladen, das müsst ihr wissen. Ihr könnt kein Apple Pay und kein Google Pay benutzen. Alles andere aber, alles was ihr mit so einer Smartwatch macht, könnt ihr auch mit dieser Smartwatch machen. Und die Uhr wird immer ordentlich angezeigt. Ihr seht, wenn euch jemand anruft, ihr könnt annehmen, ablehnen, Lied weitermachen, Lied zurück. In meinem Fall eben Timer setzen, das nutze ich viel. Und ansonsten gibt es hier nichts, was gegen so eine Uhr spricht, außer ihr habt natürlich viel zu viel Geld und sagt, das ist ja nächstes Jahr eh nichts mehr wert, von daher muss ich dringend mein Geld loswerden. Dann könnt ihr natürlich hier 250 Euro für eine Samsung-Uhr ausgeben. Ansonsten nehmt ihr 50 Euro in die Hand und kauft hier so ein geiles Teil. Versprochen, der dicke Onkel hat euch immer lieb, das wisst ihr. Ich erzähle euch hier keinen Scheiß, nur weil ich hier zwei Uhren geschenkt bekommen habe. Wenn ihr Bock drauf habt und vor allem, wenn ihr eine bestellt habt, dann tut mir doch den Gefallen und schreibt mir im Nachhinein mal in die Kommentare, dass ihr sie, weil ihr es bei mir gesehen habt, bestellt habt. Denn ich sehe ganz oft, dass ihr Sachen bestellt. Ich sehe das ja, ich kriege ja so eine Liste von Amazon, wer dann was bestellt hat. Also nicht wer was bestellt hat, aber was bestellt wurde. Und keiner schreibt mir, ich habe die bestellt, fand ich gut. Das fehlt mir so ein bisschen. Also wenn ihr was bestellen solltet, dann sagt mir bitte danach, ich habe das als Weihnachtsgeschenk bestellt etc. Mein Mann fand das gut oder meine Frau fand das gut. Schreibt mir einfach mal so eure Story, wenn ihr was bei mir kauft. Wie hat es euch gefallen? Habt ihr das Gefühl, ich habe euch angeflungert? Oder seht ihr ein, der Onkel meint es immer nur gut mit euch? Also, das war es für mich in diesem Video. Wurde eh viel zu lang. Wollten eigentlich nur ein ganz kurzes Review machen zu den beiden Uhren. Jetzt dachte ich auch diesmal, ich bin diesmal vorbereitet. Denn normalerweise mache ich so, ich packe was aus und fange dann an, drüber zu quasseln. Und ich stelle dann fest, du hast auch gar keine Ahnung. Diesmal war es so, ich habe die Uhr fünf Tage getragen und dachte, Mensch Einrichtung super easy. Alles gut geklappt, dann packen wir die aus, wollen sie einrichten und sie stellen fest eine andere App. Na gut, kann nicht mal passieren. Jetzt wissen wir aber Bescheid. Also, ich habe euch lieb. Daumen nach oben nicht vergessen, Kinders. Don't forget to like and subscribe to Holly. It won't cost you 25$. Wir sehen uns zum nächsten Onkel. Nächsten Onkel wollte ich schon sagen. Wir sehen uns zum nächsten Video. Euer Onkel Holly. Ich bin raus. Ciao.